Doch eine stärke Botschaft braucht Emotionen. Denn Menschen entscheiden mit dem Bauchgefühl und rechtfertigen erst dann ihre Entscheidungen mit rationalen Argumenten. Design hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir lieben Design, aber wir hassen schöne Bilder, wenn sie zum Selbstzweck werden. Sinn entsteht nur dann, wenn Design hilft, eine Botschaft klar zu transportieren. Darum stellen wir uns zuerst die Frage nach dem Sinn und erst dann die Frage nach der Ästhetik. LUNIK 2 – Sinn-Marketing-Macher